Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Terraria Let's Play Together. Diesmal werde ich aufnehmen, der Constructor. Ich joine dann gleich auf Green Dragon Server. Die Folgen werden nicht auf HD kommen, weil meine Internetverbindung so grottig ist, aber auf 180 Pixel werden sie auch tun. Geht das auch schon los? Ah, irgendwo in der Pampa gelandet, so wie immer. Und da ist nur mal der Swarmpunkt. Ja, wir brauchen dringend Betten. Au! So, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Ja, irgendwo noch in der Anfangsphase. Hier ist Kohle. Wann, wie lange ist das jetzt schon her? Zu lange. Ich habe noch Herz hier. Ich brauche Kohle Kohle. Kohle 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 Kohle. Hier war doch, glaube ich, gar nichts. Hier war doch jetzt bloß die Schattenwelt. Das müsste jetzt für eine Rüstung eigentlich reichen, oder? Nein! Ich mache mir jetzt einen Fahrradhelm. Nein! Doch! Mann, wir brauchen das für anderes Zeug und nicht für einen Fahrradhelm. Natürlich! Du hast es ja nötig. Ich bin ja Überlebenskünstler Nummer eins. Nicht! Du bist ja immer nur am Crepeieren. Nein! 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 Hm! Ja, äh... YouTube ist gerade down. Warum? Zumindest der Upload. Habt ihr bestimmt schon etwas gemerkt, wenn ihr mal versucht, ein Video abzulonen. Warum? Keine Ahnung. Das gibt doch nicht. Das ist ja voll scheiße. Habt ihr ja noch gesendet, was dann kommt. Nee. Hab ich nicht geguckt. Au! Mann! Es ist so dunkel, Mami! Au! Au! Das Ei hat mich verbrühten. Das Ei, das Auge hat mich verbrühten. Das Ei, das Auge hat mich verbrühten. Ich muss erstmal... Ich muss erstmal in den Zaun richtig hinschulen. Wir brauchen dringend Ressourcen. Wo war die Mine nochmal? Rechts, links. Keine Ahnung. Links ebenfalls nicht. Scheiße. Siehst, was ich jetzt mal vergessen hatte, war, die Lichteffekte auch farbig zu stellen. Da waren die dann halt einfach bloß... Weiß. Das ist ja richtig... Scheiße! Ja. Warum Stein? Au! Mann! Ich bin noch viel zu faul, jetzt den Stein zu kloppen. Das machst du jetzt. Wir brauchen einen Stein. Ist hier die Mine? Ja, ich glaube. Ah! Zumbo! Frisch gewusst waren! Jetzt muss ich mal wieder spielen. Ich richte Lust drauf. Nein! Ist das zu schwierig? Selly ist gay! Ist das okay? Selly ist Fan-Klappe. Ich verstehe. Das war genial. Echt. Scheiße! Da waren die Spiele noch mit Liebe. Mit Pixeln gemacht. Pixeln. Als ob sie heute nicht aus Pixeln sind. Ganz auf mich. Ich hab Silver gefunden. Nee. Ist alles meins. Dann kriegst du nichts ab! Boah! Das mache ich mal eine schöne Paladin-Noob-Rüstung. Paladin-Noob. Paladin ist nicht noobig. Doch! Neins! Ideal für Anfänger. Aber wir sind ja keine Anfänger mehr. Aber wir sind ja keine Anfänger mehr. Ja echt mal. Trotzdem nimmst du's. Ja ich will's. Weil du das Spiel einfach nicht kannst. Ja ich will's. Ja. Eine Ausbeute von zwei Erzblöcken. Das hat sich halt lohnt. Oh runter hier ist alles voll mit Dreck. Oh. Scheiße hier soll ich jetzt wieder raus? Ja nicht. Wir brauchen den Replic-Hook. Ja. Auf jeden Fall, ey. Na das Handicap. Eine Höhle. Wo Mui? Au! Natürlich greifst du mich an. Ja, ist auch verdient. Oh mein Gott, Gold! Wo? Oh! Oh mein Gott. Und Eisen. Schau's ab. Ich melke ihn rüber. Nee. Hier ist er auch. Alles. Aber Schopper. 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 Scheidiger. Oh. Binks. Nee. Ich seh da ein bisschen. Ja runter. Ach da das kleed ein bisschen da. Geist. Oh. Ich nervte mich einfach. Ah, ich werde überflutet. Nein, Mami. Ah, hahaha. Ah, es ist wieder Tag. Haut ab ihr Schweine. Ich muss an die frische Luft. Ich weine. Ich muss an die frische Luft. Einmal eins frisch. Das ist alles so komisch, wenn es jetzt alles so klein ist. Wir haben ja vorher auf 800 x 600 gespielt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Tja. Kannst du da sehen. Ah. Hoffentlich sind jetzt. Äh. Die Ränder weg. Sonst lasse ich aus. Ja. Also bei mir hat es gefailt. Bei mir sind jetzt noch fette Ränder da. Ja. Fettere Ränder. So. Ja. Auf welche Auflösung hast du denn gestellt? Na. Hoch. Ich habe aber dann auf Half-Side. Aber. Ich weiß auch warum. Weil es. Über. Über. 720 x 480 ist. Das ist irgendwas mit. 856 x 500 noch was. Ja. Na gut. Also muss ich. Ja. Da ist das Fenster größer als das Spiel. Ja. Muss es natürlich auch. Diese. Äh. Auflösung. Denn. Konvertieren mit dem. Media. Ne. Windows Media. Fuzzi. Ja. Ach. Das sind Quallen. Das hier alles so schön blau leuchtet. Rüiischen. Ja. Ich komme und rette dich. Mal fisse dich. Nein. Wow. Das hat sie jetzt gebracht. Ah. Ne. Das blöde. Wasser nervt mich an. Was soll man Marsch? Mensch. Du hast die ganzen Wackeln kaputt. Hahahaha. Du Trottel. Ich muss jetzt extra da rumbleiben. Ah. Griefer. Klasse. Ne. Du. Du. Du heilst doch hier rum. Du griebst. Nein. Griefen heißt heulen. Nein. Griefen heißt zerstören. Nein. Griefen heißt zerstören. Ne. Als legaler Minecraft Spieler muss ich das ja wohl wissen.